Jo, hallo Leute, hier ist er wieder, euer T-Mit-Chin des Gamer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon. Ja, ich hoffe ihr habt es im letzten Part gesehen, dem 5,5 Part, das war ja ein bisschen, ja ein extra Part könnte man sagen, in dem ich einfach gezeigt habe, was ich im Livestream alles gelevelt habe. Wir haben jetzt ein Team, was richtig stark ist und ich habe im Livestream durch Zufall auch herausgefunden, dass wenn wir ihn hier fragen, oh mein, Pokémon-Trainer-Naro, Takeshi-Ga-Aidu-Saga-Steru, Kutschini-Koi. Ja, er sagt uns, ey, es gibt da Takeshi, das ist hier der fette Trainer in der Arena, der sucht noch jemanden zum Kämpfen und nimmt uns einfach wahrscheinlich jetzt mit zur Arena, so wie es aussieht und dann wollen wir den Takeshi mal wegkloppen. Nein, ich habe mein Team jetzt so stark gemacht, ich sage euch, ich habe das Safkorn, ich habe das Safkorn entwickelt. Das glaubt ihr gar nicht, wie ich das Safkorn entwickelt habe. Äh, kattel-ji-ji-shin-ga-arun-nara, äh, kattel-ji-shin-ga-arun-nara, Takeshi-to-tatakatte-mi-min-na-yo. Also, falls wir uns sozusagen zutrauen, gegen, also zu gewinnen, dann sollen wir auf jeden Fall mal gegen ihn kämpfen. So was hast du zu sagen? Was, Pokémon-Champion-O-Mei-zashtem-min-ai-ka? Also, er ist kein Trainer, aber er kann uns, um zu gewinnen, auf jeden Fall gute Hinweise geben. Nein, ich möchte nicht mit dir Pokémon-Champion werden, du bist nicht mein Endi-wa-Iran-ze. Ja, ich wollte deinen Tipp aber nicht hören. Du hast nicht verstanden, ich habe falsch geantwortet, ne? Nein, was habe ich denn jetzt gedrückt? Ja, nein, Junge, ich will nicht mit dir reden. Okay, was, nur einer? Da ist er, Roko. Das ist doch nicht Takeshi, Junge. Warum heißt er denn Takeshi? Das ist Roko, mein Gott. Machina, okay, wir sollen warten. Kodomo-ga-nan-no-yo-da. Was, wir sind kein Kind, Junge, wir sind kein Kind. Soll ich dir gleich, soll ich dir meinen Glück-Texu mal in den Rachen hauen, ja? Takeshi-san-ni-chosen-nante. Was? Ich-man-konen. Konen. Ah, ich-man-konen. Haya-inday-yo. Also wir sind, keine Ahnung, dieses Konen, das kenne ich leider nicht auf Japanisch. Aber wir sind wohl, weiß ich nicht, 30 Milliarden Jahre zu früh. Das, mein lieber Freund, das glaube ich nicht. Ach, Kleinstein hast du dir geholt, ja? Ähm, ich habe das hier. Das Haus, die sowas guckt. Ne, was? Ja, Kratzer, Junge. Bam, direkt die Eisenschelle gegeben. Was sagst du jetzt, Junge? Ja, denkst du dir, mit deinem Mondherdner kannst du irgendwas ausrichten gegen mich? Noch eine Eisenschelle. Bam, hau ich dir jetzt direkt rein, siehst du? Ja, da ist da ein Kleinstein. Oder wie heißt der? Ishizu. Ah, Ishizubu-nantoka. Ne, auf Japanisch heißt der. Ishizubu oder so, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall hast du dir auch gedacht, nein, ich möchte mein Pokémon nicht wechseln. Das kannst du vergessen, ich hau mit Lutexu durch, Junge. Und, was haben wir da? Linsandam haben wir da. Ja, guck mal hier. Erstmal härt' ich mich und dann, zack, hau ich dir wieder einen Kratzer in die Fresse. Oh, das war nicht so gut. Das war nicht so effektiv. Linsandam denkt sich auch, kann da sein Härtener einsetzen oder was? Ich zeig dir jetzt Feuerattacke, Junge. Da kannst du deinen, ja, Feuerattacke, Bam, direkt weggehauen. Alles tut. Da siehst du, Rizardo war 219 Kekenschi, oh, Morata. Und da haben wir 219 Punkte, die Erfahrungspunkte erhalten. Ja, ich glaube, da hast du wohl ordentlich verkackt, Trainer, ne? Aber uns sagen wir, wir wären 30 Millionen Jahre zu früh. Okay, Leute. Lasst uns. Kita na. Also, er ist der Steinmaster schlechthin. Ja, er hat so harte Steine und seine Pokémon, das ist das Zeitverspüren, verkörpern das auch, ja? So, zuhauno wa Iwa-Type bakari da. Also, er sagt uns, er wird nur Fels-Pokémon benutzen. Ho, ho, ho. Makeru to wa kattete tatakau ka? Obwohl wir wissen, dass wir verlieren. Obwohl du weißt, dass du verlierst, willst du gegen mich kämpfen? Pokémon-Trainer no Saga da na. Ii daro. Kakatte koi. Okay, komm her. Alles klar, ich komm her und mach dich jetzt kaputt. Roku, Junge. Nix, Takeshi. Ja? Da hast du deinen Ishi Tsubute. Ishi Tsubute. Alles klar. Und da, nimm meine Metall-Slau, Junge. Ich geb's dir mit meinem Herdner vorher noch ran. Bam, direkt fast alles weggemacht. Und was machst du? Ja. Denkst du da auch mit deinem komischen, weiß ich, deinem Vorbereitungsschlag? Junge, Vorbereitungsschlag gibt's bei mir nicht. Du musst einfach hingehen und kaputt machen. So wie ich, zack. Da haben wir den Ishi Tsubute, oder wie er heißt, auch direkt zerstört. Das war alles, Junge. Takeshi. Hör mal. Roku. Roku. Jetzt komm, Onix. Komm, hol Onix raus. Da ist Onix. Level 4. Iwaku heißt er. Zack, ihr auch Kratzer direkt mal reinhauen. Oh, das zieht nur ein bisschen ab. Ist natürlich nicht so geil. Okay. Aber seine Attacke ging daneben, oder was? Oder hat er gar nicht gemacht? Hat er sich gedacht, komm, ich bin so geil, ich lass ihm nochmal eine Attacke vorspringen, oder was? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Er hat uns gegeben, Leute. Er hat uns gegeben. Er hat uns richtig gegeben. Aber jetzt gebe ich ihm den letzten Schlag. Damit sollte er sterben. Takeshi. Oh nein. Was ist das denn hier? Ich will mich jetzt nirgendwo anmelden und ich will es auch kein Ziel im Programm machen. Alles klar. Uu. Aitenu Iwaku. Da wurde da. Rizadoa. Samyakonisho. Keikenzi. Omorapta. Alles klar. Wir haben Level 19 damit auch erreicht. Oh Gott, war das schön. Hör mal. Ja, damit hätten wir den Jimirida, den Arena Trainer Takeshi mal eben aus dem Ring geholt. Pokémon Digo Konin. Pokémon Digo Konin Gray Batschi. 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 Kevin war Takeshiから Gray Batschi. Wir haben unseren ersten Ordner erhalten. Ja, brauchen wir jetzt nicht lesen, oder? Tattakate. Nakete mo. Flush. Bappappappapp. Kevin war Schokin toして 1400円. Tini. Ja, wir haben noch 1400 Yen bekommen als Dingens da, ne? あと,そうだ. これを君にあげよう. On the gift of the numbers, Kevin Hart, Takashi was. Ah! Wazamashin 39を Wazamashin KSにしまった. Wazamashinを使おうとポカモンはすぐその技を覚える. ただし、マシンは使い捨てら、ステラ、ステラ、ステラ、ステラ、スカイステラ、どのポカモンに覚えさせるかよく考えたほうがいい。 ところで、 Wazamashin 39に worry, what the gun? Gansekふうじい keine Ahnung was das ist. が入っている。 居を相手に 投げつけて 素優さを 下げてしまう。 おもろい技だ。 Okay, wir haben, das ist jetzt die Erklärung gewesen hier von unserer, wir haben, warte, wo ist das denn? Und Town Map, da, Waza Machine Case. Da gehen wir mal rein, möchte ich mal aufmachen. Genau, das haben wir bekommen, die Nummer 39. Die Nummer 39, Gansseki wo moraagete, nagete, ko, gekisuru. Doji ni aete no suwayasa wo sagere. Okay, das ist, keine Ahnung, irgend so ein Stein Ding, keine Ahnung. Also, das ist dann auch ein bisschen schwer auf Japanisch, diese ganzen komischen Erklärungen da. Wenn du da halt, keine Ahnung, weil diese Vokabeln, wann lernt man die? Die lernt man nur beim Pokémon spielen. Aber ich glaube, das, was er uns jetzt, also wir, ja, Leute, wo ist unser erster Orden? Ist das vielleicht irgendwo, was ist denn Sukkan nochmal? Das war unser, ja, unser Pokédex, die Minster, glaube ich. Können wir das nicht irgendwo sehen? Da, Kevin, da bin ich doch, wo ist mein Orden? Da ist er, der Orden, seht ihr? Unten, direkt der Orden reingemacht. Nice, läuft bei uns, Leute, läuft richtig bei uns. Ja, damit hätten wir ihn schon mal geschafft. Ja, das ist hier so ein wissenschaftliches Museum oder wie man auch immer das nennen will. Zerschneider ist das nicht, was wir bekommen haben, glaube ich, als TM da gerade. Ich muss auch, da muss ich euch nochmal fragen, was ist denn hier ein gutes Pokémon, um dem die TM reinzuhauen? Weil, das sollte man ja nicht machen mit einem Standard-Pokémon, was man immer spielt. Ähm, im Übrigen, ich wollte mal unsere Map gucken. Wo ist sie denn? Ich wollte, wir haben diese Map bekommen, die Town-Map, da ist sie, ne? Und die soll ganz gut sein, hat mir jemand gesagt. So, weil da fast in der Reihenfolge, so wie ich die Nibandoro, so wie ich die alles abgehen muss, da ist, ne? Das heißt, ich muss jetzt hier hochgehen oder was, ne? Oder muss ich da hin, glaube ich? Nach Versania City, Versania oder Versa... Wie heißt das denn nochmal? Versania... Ne, wie heißt das denn, Leute? Ach, da, wo der Typ mich zum Takeshi gebracht hat, ich glaube, da muss ich hin, ne? Da muss ich dann jetzt einfach runtergehen, wenn ich mich da richtig erinnere. Genau, jetzt kann ich hier durchgehen, dann sehe ich hier direkt so einen Trainermenschen, ne? Ah, Kevin-kun! Mani hatte jo katta! Ooki, Ooki do Hakase no Joshu des, Joshu des. Okay, er ist der Assistent von unserem Professor Eich. Oto dokemono wo tanomareta no de, watashi, o watashi shimasu, dozo. Kevin war, wat? Running juice shoes. Ach, wir haben, äh, wir haben rennschuhe bekommen. Ja! Ni, haki kaeta. Alles klar, wir haben die direkt angezogen. Hiroi tokoro de, B-Botan o osu to, haiyaku hasiremasu. De wa watashi wa kenkyu zho, kenkyu zho ni modori masu. Soredewa, alles klar, tschüss. Er geht also zurück, wo ist denn B-Botan? Botan, der, ähm, der B-Knopf. Tegami ga tuiteru. Oh nein, Kevini, ein Brief. Gambattru, Kevin, ni running shoes, o, präsento suru wa. Ouen shiteru wa yo. Gambattre, ne? Mama, Jori. Ach so. Das ist, äh, von Mama. Unsere Mutter hat uns die Schuhe, äh, überliefert. Mit noch einem Brief. Sie feuert uns an. Sie freut sich, dass wir Pokémon-Trainer sind. Und wir haben schon die 11 Minuten überschritten. Vielen Dank fürs Zusehen. In dem Part haben wir Takeshi gut gemacht. Und jetzt, in dem nächsten Part, werden wir mal hier ein bisschen auf der Straße gucken. Noch ein paar Trainer platt machen. Und gucken, was das Ganze so bringt. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Table-Tennis-Gamer. Tschüss.